Moin Moin und herzlich willkommen zu einem, ja irgendwie, Ankündigungsvideo, denn wir haben jetzt Dezember, alle machen irgendwie Adventskalender und in den vergangenen Jahren hatte ich auch hin und wieder mal einen und den habe ich nochmal wieder für euch entstaubt, ein paar neue Sachen hinter die Türchen gepackt und dort gibt es alles mögliche zu Linux, Open Source und freie Medien und natürlich M23. Den Kalender findet ihr auf meiner Seite hinter dem Pinguin hier, da geht ihr mit der Maus so drüber und dort gibt es natürlich 24 verschiedene einzelne Türchen und wenn ihr das richtige Türchen öffnet, heute zum Beispiel am 1. Dezember, dann gibt es da heute zum Beispiel meine Administration von Debian & Co. im Textmodus. Da gibt es auch hin und wieder Vorschläge für Videos, die ich in diesem und im letzten Jahr gemacht habe, in meinem Kanal Nicht der Weisheit letzter Schluss und alles mögliche Wissenswerte um Linux, Open Source und Co. Und natürlich gibt es auch eine passende Ausrede, jeden Tag original vom BAFH, dem Bastard Administrator from Hell. Heute zum Beispiel Hausmeister missbrauchen Lichtleiterkabel zum Abschleppen ihres Schneeflugs. Ja, das ist eine Ausrede, die natürlich gut passt. Hm, wozu auch immer. Ja, also guckt da einfach mal hin und wieder vorbei, öffnet ein Türchen und lasst euch überraschen, was sich dort hinter verbirgt. Bis dann, macht's gut und tschüss. Bis dann, macht's gut.